Mein Name ist Andreas Mantler. Seit 1979 lebe und arbeite ich hier in Hamm. Und hier auf dem Püt habe ich angefangen. Schlosserlehre, zehn Jahre unter Tage malucht. Heute gehe ich meiner Leidenschaft nach. Fliegen, Filmen, Fotografieren. Als freier Foto- und Videojournalist erstelle ich Beiträge für die Online-Redaktion des Westfälischen Anzeigers und der Funken Mediengruppe. Aber auch das CDF und der WDR haben schon meine Aufnahmen in ihren Produktionen verwendet. Kreativ bedeutet für mich das Arbeiten mit gleichgesinnten, kreativen Leuten und das Schneiden am Tisch. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020